Ja, ja, ja! Hör auf Ezio! Ezio, du bist ein verdammter Vollidiot! Was zu hell machst du da?! Du scheiße Idiot, Alter! Verflucht nochmal! Ich hasse das! Das ist doch nicht eine verfickte scheiß Aufgabe! Boah, Entschuldigung, aber da regt es mich grad so auf, Alter! Ich könnte so ausrasten gerade! Was war denn das?! Zweimal ging es so leicht und dann trotz des Endschlag so halb die Schauze! Boah, ich krieg die Grenze! Halt die Fresse, das interessiert mich nicht! Wum, wum! Das interessiert mich doch alles nicht! Und die goldene Maske kann euch gehören! Boah, ey, ohne Scheiß! Ich kapier das nicht! Ich kapier das einfach nicht! Warum hat er das nicht gemacht, wie er es sollte? Ezio! Was zu hell machst du da, Freunde?! Du blöde Hurenzong?! Was zu hell macht das, Alter?! Was zu hell machst du da?! Du sagst doch doch!! Ey, ich raste aus mit der Steuerung! Was ist des?! Wo ist der Pizzer jetzt hin, Alter? Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Warum kriege ich den nicht beim dritten Mal nicht? Ich hoffe das nicht. Das ist nicht normal. Was tun wir? Wie ist das steuert jetzt, der Nübe? Geh weg, geh weg! Boah! Mann, Ezio, Alter, ohne Scheiß! Das hat er dann nicht einfach automatisch absteuert, verstehe ich nicht. Oh, Mann, ey, das kotzt mich an, so eine Scheiße, Alter. Boah, ich hab schon gedacht, das springt jetzt runter, das wäre es jetzt noch gewesen, Alter. Mann, ey, was war das denn? Wenn du mir nicht auf die Nusse gehst, ne? Ezio! Mann, Alter, du blöder Pizzer, Alter! Hallo? Warum nimmst du... Ezio, warum nimmst du die Fäuste denn nicht hoch, Alter? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder. Ezio, lass diesen verfickten Pfarr los! Und hör auf damit, Alter! Ich schrei mich schon ganz heißer wegen dir, Pizzer, Alter. Du Pizzer, Alter! Schubst erst mal eine Frau über den Haufen, du blöder Wichser, ey. Mann, Alter, wo sind denn jetzt die ganzen Weiber plötzlich hin? Da waren doch gar die ganze Zeit Frauen. Ey, was ist denn jetzt? Boah, nicht da an einer Scheißstelle, Mann! Wo kann denn mehr Sinn? Was ist denn das heute? Was ist denn heute schon wieder los, Mann? Du, geh mal nicht auf die Nüsse, Mann! Was zur Hölle? Lauft halt mit mir! Noch so ein Söld...